so schlimm sei. Es hat zehn Jahre gedauert, bis die breite Masse der Gesellschaft endlich aufsieht, was für ein massives Problem der Rechtsruck ist. Das Problem ist so groß geworden, dass man nicht mehr die Augen verschließen kann, auch wenn viele es noch versuchen. Meine Frage ist deshalb, wie lange bis wieder weggeschaut wird? Wie lange bis vergessen wird, dass auch CDU-Mitglieder in Potsdam dabei waren und keine Konsequenzen gezogen wurden?